HH-H-H-H Ja, willkommen zurück meine Lieben. Äh, Tod ist Ende von wegen. Die Lösung geht vor unseren Augen. Ja. Idiot. Aber ja... Weiter geht's. Nein, das ist bald. Redig bitte. Genau. Dann bin ich schon wieder. Aber, ja. Ja, okay. Wir sind wieder. Nein, hab ich nicht. Oh ja, genau. Hey, hier stürzt alles ein. Vorsicht, Mann. Du könntest das komplette Gebäude zerstören. Hey, hast du sowas schon mal gemacht? Nee. Ach, bitte. Da vergesst du. Da. Ui. 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 Achja. Ui. 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 Hidiot. Ui. Nein. Ich kann nicht mal... Wir warten... ...ehr trinken, Kuchen essen... ...Kerzchen und Brei hier... ...ehr... ...Kerzchen und Brei... ...Kerzchen. Ist das auch komisch? Ist es schon weg? Nein, das läuft schon mal wie ich... Komm, Hipshot! Geh! 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 Pau! Up! Geh! Sevin'l't! Ha-aah-ah-ah-ah-ah-ah, Gah! 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 Schuss, schuss. Schuss, schuss, schuss. Schuss, schuss. Okay, Männer, bleibt wachsam. Halten wir hier alles schön sauber für die Chefin. Sie. Sie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh Scheiße! Sam ist auch noch im Weg gestanden, dieser Idiot! Ich hab sie! Wir wurden in der... Wir haben ja ganz vieles mehr! Wir sind weg! Wir sind weg! Wir sind weg! Wir sind weg! Und bleiben! Ja, wir sind weg! Das war's, fürs Erste. Gehen wir. Lieber weiter. Gehen wir. Gehen wir. Gehen wir. Gehen wir. Okay. Mal sehen, wo es weitergeht. Ja. Ja, ich bin eigentlich schon die ganze Zeit. Ach, na gut. Das ist der Weg. Na los, fertig? Fertig. Na gut. Danke. Das ist der Weg. 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 kaputt. Das passt schon. Weiter nach oben. Das ist der Weg. 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 Genau. Und dann das. Ja ja. Die. Piiiiini ajuda. Das ist der Weg. Das ist dein Weg. Die. Der Weg. Einmal Okay Was jetzt? Mach einfach was ich tue, okay? Okay Ja, so in der Art Da ist sie da Da ist sie da Da kann ich Ja Die Mieten sind hier bestimmt nicht günstig Aber kein Wohnhaus Was denkst du? Irgendein Verwaltungsgebäude? Vielleicht Vielleicht hatte Libertal ja einen Finanzausschuss Ja, vielleicht haben sie Steuern gezahlt Wer weiß Ja 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 Das war eine rhetorische Frage. Die Frage ist, wer bekämpft wen und warum? Ja, Raken und Raken. Ein paar der Leichen sind schicker angezogen. Sie sehen wie Soldaten aus. Also ist es die Siedler gegen die Soldaten. Wenn das da oben das Schatzhaus ist, hat anscheinlich jemand versucht Geld abzuheben. Ja, und hoffentlich hat es nicht geklappt. Da ist ein Liegekopf. Das ist ein Liegekopf. Das ist ein Liegekopf. Das ist ein Liegekopf. Ja. Man, das ist beeindruckend. Das ist noch untertrieben. Das ist ein Liegekopf. Das ist einfach so. Das ist ein Liegekopf. war ja klar war das rave nein nein hier wurde seit ewigkeiten nichts angefasst stimmt also hinweise suchen ja hinweise suchen ein schatz meine damen gibt es eine ist da wirklich irgendwo ein schatz wir werden es herausfinden in der nächsten folge ich hoffe es hat euch gefallen bedanke mich schon jetzt für euer live ich wünsche euch einen ganz schönen tag noch viel eine bessere nacht auch bald auf wiedersehen tschüss